schon wieder so ein Viech was, die komische Sechsen da? ja du schießt schon wieder auf mich was willst du denn immer mit mir? ich mach gar nichts ja ja, wir sehen es doch, wir sehen es doch ich würde sowas niemals tun niemals ja wohin denn jetzt? mein Gott na geradeaus weiter und du kannst mich ruhig Black nennen hier ist ein Checkpoint äh gut gemacht wieso gefällt mir das nicht, dass es da oben aussieht wie ein Thron? ah, weil du weil du gegen gegen, ja, hierarchische Sachen irgendwo was gegen hast nein, nicht schießen schade ach guck mal jüüüü Möpse Natürlich. Interessant. Dein Herz? Ja, gute Frage. Ich räume hier schon mal auf, ne? In Iskall gibt es keinen Namen. Wir sind alle eins. Für euch mag ich so etwas für eine Königin sein, aber diese Bezeichnung ist... Oh. Das Iskall verbindet uns alle. Alle Teilnehmer sind eins im Geist, Herz und Seele. Wir benötigen keine primitive Technologie. Das Iskall strebt nach Erleuchtung und Harmonie. Unser geteiltes Ziel ist es. Und wir heißen alle in das Iskall willkommen. Eine faszinierende Frage, Fremdling. Der Vixeos-Wurm ist das Tor zum Iskall. Hat die Wichsen gesagt? Durch unsere liebevolle Fürsorge sind wir miteinander verbunden. Möge es eure gebrechliche Form durchdringen und eure Ängste, Sorgen, Unsicherheiten und euer Selbstgefühl verzehren. Ja. Bis alles, was übrig bleibt, das Iskall ist. Ja, so ist es, Fremdling. Vielleicht werdet ihr eines Tages ebenfalls dem Iskall beitreten. Wir sind sehr erfreut, das zu hören. Hm, okay. Fertig? Fertig? Ja, gleich. Lass mich raten. Jetzt hast du die Auswahl, dir das Herz zu geben, oder nicht? Nein. Nee, nee. Das ist nicht. Frei von Sorge und Schmerz. Das Leben ist hart, aber du bist nicht allein. Das Iskall ist ein erleuchtetes Kollektiv, wir teilen Heger, Geist und Ziel. Herz heißt das wahrscheinlich. Zusammen gibt es keine Bürde, die wir nicht bewältigen können. Treffpunkt, Gasthaus zum edlen Mond jede Nacht. Tritt dem Iskall beitert. Ach, er hat... Seid gegrüßt, Fremdling. Wir unterhalten uns. Wir sind sehr erfreut, das zu hören. Ja, irgendwie ist es aber schlechter. Mhm. Genau, ne? Besucht uns hin und wieder. Fremdlich. Tritt im Rear. Rein theoretisch. Hat dafür aber eine höhere Crit-Chance-Legende, ne? Ja, aber... Kannst du jetzt wieder mathematisch ausrechnen. Muss ich nicht. Ich nehme immer das mit dem höheren Schaden. Deswegen nehme ich ja auch mit dir auf. Ich wusste es. 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 Aber er hat ja nicht widersprochen, insofern. Dafür kriegst du erstmal ein Tüßchen aufs Nüßchen. Ja, warum lebst du noch? Ich muss noch nicht. Ich muss noch ein Tüßchen aufs Nüßchen aufs Nüßchen. Oh Gott. Ich wollte mich auch mit dir aufs Nüßchen. Aber das ist kein Problem für den Blech. Aua, Aua Sag mal Boah, wie geht's noch? Liegt hier jetzt mal so rum, ne? Jojojojo Von hinten kommt irgendwas Fieses Ja Oh, ich bin auf 1000 Tja Und du bist tot? Ich bin tot, ja Das tut mir aber leid Joa, von ihm da, haha, der ist mir nicht weggeworfen Ja, den hatten wir ja schonmal Ah, da steht immer noch Alleine ist er auch hier verworfen Oh, wir haben einen neuen Eigenschaftspunkt bekommen Oh, dankeschön Dankeschön Ja, bitteschön Gibst du ihn auf? Äh, ne, ich geb ihn auf Aus Verdient hat er's Eigenschaft frei geschaltet, Überlebenswille Die hat nicht vergessen Autsch Sorry, mein Fehler Das machst du ja nämlich auch bei mir die ganze Zeit Ja, 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 du Drecksack Oh, oh, oh Vorsicht Oh, oh Entschuldigung, wie das warst du denn? Geh kurz nach oben, guck was da ist Äh Nicht viel, ist gar nix Ist doch was Oi Warte auf die restlichen Spieler Auf was sollen wir warten Ja, weiß ich auch Oh, hinter uns Äh, hinter mir Ja, schon wieder tot Ja, das war ja klar Hinter meiner Leiche Was bist denn du? Der buckt Ja, ich halte ihn auf Ich halte ihn auf Tötet ihn, ich halte ihn auf Boah, ohne mich hätte ich dir das nicht geschafft Der Typ stirbt auch die ganze Zeit Ja, 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 ja Ja, wer Kollegen wie du hat, braucht keine Feinde So ist es doch Ist halt nur ein Vogel Was werden wir machen? Hahaha Ich geh mal kurz runter, da unten liegt was Wir müssen sowieso wieder runter, hier oben ist Feierabend Aha, wenn da nix mehr ist, ne, dann umso besser Ich hab immer noch das Warte auf die restlichen Spiele, ich glaub das ist ein Bug Ach Wie sind wir denn lang? Äh, die Richtung hat die gesagt Ja, hat er auch gesagt Entschuldigung Da Die Richtung meinte ich Die hier? Die? Nee, eher da so Meinst du hier? Da drüben? Da drüben Na hier wollte ich mal hin Da ist ein Ziel Ein Ziel? Ja Ein Ziel mit Stiel? Das hier Das hier Ich geh mal hier hin Ja, ich hab schon gesehen, wie du wieder eingelegt hast Und das hier Oh, hier waren wir schon drinnen, juhu, wir sind im Kreis gelaufen Ist doch ein Sal Ja So Doch drüben Stropf, 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 stropf Ja Oh, Streck Doch drüben Oh, Black, jetzt hör doch mal auf Mein Gott Ja, 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 ja Wenn die Leute das nicht genau immer sehen würden, ne Aber, wie gesagt Wenn ihr jemanden seht Wenn ihr jemanden seht in eurem Team bei Call of Duty etc. pp. Killed ihn, sicherheitshalber, präventiv Es ist notwendig, glaubt mir Das kann ja was werden Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir vielleicht mal hier Star, äh, wie heißt es? Star Wars Ähm, MMM Das stimmt, das haben wir ja auch noch Ja Battlefront 2 Battlefront, genau, das war's Da wären wir auch schon zu dritt Mindestens, also ich weiß nicht, ob Darky mit wäre, dann wären wir schon zu viert Oh, ah, halt der Die Kapillare Hhh O, ich reg' mich nicht Hab' ich doch gar nichts Oh, kack' dich das war so gelitten ist doch nicht auf milch und gerade die eigenschaftspunkte rein wie nichts do ja ich habe auch schon wieder fünf bekommen ich habe jetzt momentan, naja zwei halt aber hat ja vorhin auch erst gelevelt, ist das ne truhe? ne scheinbar nicht hallo, da rüber oh, entschuldige, das warst du da muss ich jetzt losgeteben ah ja, jetzt wieder so kacktie oh, dicker mal, Alter ich habe den Arsch in den Weg verlegt ich habe den Arsch in den Weg verlegt ist das ein Buster oder was? fall tot um oh, war fall genau ich habe auch der großen habe ich keine Munition mehr hier liegt noch ein bisschen was, aber ne, das ist nur Altmetall und so'n Scheiß ich habe mal ein bisschen was aufgedeckt ja, ich sehe schon oh, schön, wie blutig es hier ist die hallo ich habe mit dem 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 du du musst nachladen ich habe mit dem ich habe mit dem die bessere vor dem in der Oh, Alter, 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 Alter. Was ist der Held denn? Dieses Scheiß-Wie! Achtung von euch nähert sich so eine Wespe von hinten. Oder was auch immer das ist. Eine Gottesanbeterin. Eine raues Amulett gefunden. Da war es ja gut, dass ich die aufgedeckt habe. Wo liegst du denn da? Oh, der ist schon wieder tot. Hallo, ich habe mich hier mit dem Viech alleine beschäftigen müssen, während ihr euch so hier drüben gelangweilt habt. Ja. Und das ist alles nur, weil du wieder durchgerannt hast. Ja. Nein, ich glaube, auf jeden Fall war das mein Fehler. Nein, es war du. Das was ist denn so? Wir tun hier wohl nicht. Das ist alles! Oh, jetzt war wieder so einer. Oh, nicht so die. Oh, fuck. Natürlich. Oh, nein, 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 nein. Okay, weiter geht's. Oh, Eigenschaften. Oh, cool. Oben oder unten? Unten. Ja, unten. Entschuldigung, war mein Fehler. Och, nö. Für dritt geht die irgendwie einfacher. Er liegt. Er liegt kaum in den Zorn. Oh, don't. Oh, don't. Oh, don't. Ah, schon wieder so einer Ah, verdammt, ich muni alle Kannst du dich gerade beschäftigen? Ja, ja Ja, ich hab ihn beschäftigt Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Akteure wird Der eine wird belebt, der andere stirbt, der andere wird Und so weiter und so fort Aber es scheint gut aus wie lang zu sein Wo ist er denn? Habt er fein gemacht Das geht So, ich könnte jetzt echt mal ein bisschen Muni brauchen oder sowas Ja Ich hau mal alles kaputt, was ich finde Vielleicht kommt ja was Auf der Karte Ne, wir laufen falsch Ja, das würde ich auch meinen Nein, theoretisch Ja Ich hatte schon wieder so eine Gang Da war ein Luminid Kristall dabei Kannst du mir sagen, was das ist, Fleck? Ja, das kann man zum Luminisieren nehmen Du liest das alles Ne, der Luminid Kristall war aber noch nicht dabei Denn der war in der ersten Aufnahme dabei Die ist so lange her, das weiß ich nicht mehr Dabei fällt mir ein, erste Aufnahme Wir haben eine sehr lange Folge hinbekommen Na gut, die schneiden wir auf jeden Fall in zwei Teile Na gut, dann an der Stelle Vielen Dank fürs Einschalten Und bis zum nächsten Mal Tschüss Bis denn, tschüss Tschüss